Helmut Kohl findet es zum Kotzen. Guido Westerwelle sagt, es sei unter aller Sau. Wir möchten, dass Sie sich über das Video, das heute veröffentlicht wurde, Ihre eigene Meinung bilden. Willkommen zu einem Explosiv-Spezial. Ich bin Markus Lanz. Die Videobeichte, intime Details, Wutausbrüche und Antworten. Ein Präsident quält sich vor laufender Kamera. Das Verhör. Bill Clinton in der Sexfalle. Heute Explosiv-Spezial. Elegante Krawatte, strahlend weißes Hemd, der Anzug saß perfekt. Und doch machte der Mann darin keine gute Figur. Der sonst so souveräne und charmante Bill Clinton. Er schwitzte und er stand schwer unter Druck. Sondermittler Star hat ihm bei seinem Verhör nichts geschenkt. Wie das heute veröffentlichte Video deutlich zeigt. Für den Widersacher des Präsidenten war es wohl der Augenblick seines größten Triumphes. Das Finale, auf das er so lange gewartet hatte. Martin Pack berichtet. Das Verhör. Wir sind gleich zurück mit unserem Explosiv-Spezial. Dann unter anderem mit diesen Themen.